Haben Sie gesehen, es gibt ganz mutige Leute und die gehen während der Covid-Krise noch Skifahrer. Für Leute, die Angst haben wegen Social Distancing, haben wir hier den Einzelsessellift organisiert. So. Uua. Und aufhören. Du, wieso muss ich eigentlich stossen? Ich habe die Tageskarte schon gekauft. So. Wohin geht's? Zum nächsten Künstler. Und wo ist der? Ja. Nur GPS, etwa 400 Meter hier oben. Ja. Es darf ruhig etwas schneller gehen. Sorry. Oh, jetzt ist mir der Ski runtergefallen. Ah, da ist er. Der nächste Künstler hat während der Corona-Krise einen Job gefunden als Dressman. Schaufensterpuppe oder ich weiss nicht was. Corona-technisch wieder hinter der Scheibe. Manuel Stauberger. Ja, ich bin nicht sehr viel auf einer Bühne anzutreffen. Ich arbeite jetzt hier in diesem Schaufenster. Aber das ist schon gut, das ist schon gut. Man soll da nicht immer negativ sehen. Ich meine, das Jahr 2020 ist jetzt endlich vorbei. Und für das Neujahr können wir uns wieder coole Vorsätze machen. Wir haben hier bei uns im Laden auch eine Kollektion mit Neujahrsvorsätzen für 2021. Ich persönlich will 2021 niemandem die Hand geben. So viel wie möglich zu Hause bleiben. Abstand halten. Und eine Maske anlegen. Das Gute ist, diese Neujahrsvorsätze sind auch im 2022 immer noch modisch. Also wir können diese T-Shirts gut zwei Jahre lang tragen. Einfach 30 Grad waschen, nicht wärmer. Und dann halten sie locker. Für 2022 haben wir dann auch noch Händewaschen. Homeoffice. Immer gut durchlüften. In die Armbeuge schneiden. Oder ins Nas-Tüchli. Und das Nas-Tüchli immer in einen geschlossenen Kübel hineinrühren. 2023 ist Modefarbe hellblau. Hier können wir uns schon wieder so im kleinen Rahmen umarmen. In die Hand reinnäussen. Und die Hand in einem offenen Kübel entsorgen. 2024 können wir uns wirklich dann wieder im grossen Stil umarmen. Uns gegenseitig annäussen. Auch von nahem und sogar bei geschlossenen Fenstern. 2025 ist das Thema Geschirr. Die Tasse hier. Die gibt es auch ohne Streifen. Oder auch nur mit einem Henkel. Mir persönlich gefällt sie jetzt am besten, wenn sie noch etwas verziert ist mit Punkten. Passend dazu haben wir auch Teller. Scherben bringen Glück. Aller guten Dinge sind drei. Frohe zu sein, bedarf es wenig. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und Ende gut, alles gut. Ein gutes Neues. Manuel Stahlberg haben wir hier gesehen. Grossartig. Aber sie gaben alle freer den Schaden. Sie haben es nicht Meanwhile насchrisch verankt. Sogarien muss sie immer wieder sehen. Sie haben den Schaden hier in die Spanien bedanken. Sie haben das sie immer hier. Sie haben das eine Situation zu tun. Vielen Dank.